Moin Leute, Herde, Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und ruhig gibt's mit Update So, ja, bloß kurz den Spielkanal abwechselt und jetzt kann ich euch auch sagen Es hat sich fast nichts verändert, außer dass ein bis vielleicht zwei Häuser fallen Ähm, ja Da steht ein komplett neues Haus Ja, ich kann euch gerne mal von innen zogen, da steht ein Statue und wo immer immer Ähm, und ja, da werde ich dann ätzeln Und das wäre eine rasante Fahrt ins bessere Baum Weil, ja, es hat sehr viel was verändert Ähm, wenn man so nimmt, ihr habt eigentlich ein komplett Upgrade gemacht Meine komplette Hütten besteht nur noch aus Luxus, Gold, alles Walla, Eisdaut Ähm, na, ähm Ähm, jetzt kann man nämlich auch da, wenn man durchlatschen, da Dann passt das, äh Da, wenn du es du es wirst in ein bisschen verändern, bin ich mir sicher Ähm, ja, der scheiß Eiswang, der hat man am ganzen Platz glaubt Ähm, aber der kann schon da bleiben Ähm, da habe ich dann noch ein Slucky Café hin da Da, wo da mal Spillettel gestanden ist Ähm, was ist da gleich nochmal gestanden da? Ah, das Kino, genau Ähm, und da ist halt jetzt in mein Bude, ja Mir gibt's eigentlich dazu gar nicht zu sagen, gell Ähm Bitter weiter, dass das jetzt... Oh, Leute, das Ding auslassen, Mau Ähm, ja Ja, ganz ehrlich, so schlecht schafft das jetzt wirklich nicht aus Ja, also, das ist jetzt meine neue Bude Von hinten nochmal so Ansicht Ja, okay, der Whirlpool ein bisschen über drin Aber nun gut Da ist nochmal ein kleiner Platz Essen Draußen Da sind nochmal liegen Ja, alles aus der Yacht, ähm Da, da sind nochmal so eine Scheiß-Strecher Die habe ich einfach hierplätze, weil irgendwie irgendwie schon so tropisch auch schockt Und das ist da hinten Ganz gut Ähm, ja, mir wäre jetzt eigentlich auch da so gar nicht so Ähm, unten nicht Ich finde die Tieren einfach und die Wind so gut Geil Kannst sagen, was du willst, Allah Ähm, ja Dann habe ich da noch ein bisschen mit die Ventura gauert Da ist so ziemlich im Mai Ja, Badezimmer Ja, sogar Duschen gefunden Ja, ich habe ewig noch eine Dusche gefunden Äh, gesucht Und ja, jetzt habe ich übernicht Und das Wasser reicht mir gerade einmal bis zu meinem Arsch-Ansatz Na, ähm, da gibt's da nochmal eine Toilette und ein Waschbecken Ähm, ja Da ist da nochmal, äh, Couch Ja, alles aus der, äh, Ding Ja, halt, ähm, ja, da ist da nochmal richtig geile Bar Ähm, ja, also Also, da die Couch und das Weinglas da Äh, ewig gesucht da noch Ähm, die Bücherregale sind im Neo-Ting Äh, in dem Neo, in der Neo-Hütten In der Neo-Hütten, alles klar Ähm, das genau Da dritten Da ist das Klone davor Und da ist großartig Und da ist großartig Also, wir sollen noch nach dem Tink sucht Das ist auch nochmal beracht Also, das ganze Haus besteht eigentlich fast nur aus Yacht Einrichtung und Ausrichtung, was? Ähm, egal, ähm Ja, ist es halt eben Bescheid Und ich brauche ein Fernseher unter Wengtingt Entschuldigung, wenn ich so so mal Äh, da packt keine Fernseher, die auf irgendwas draufstehen Das muss ein HEEKENDER FERNSEHER SEI FIX Anders geht's nicht Es sei denn, das ist ein Riesen-Drum-Fernseher, dann... Das ist eigentlich auch so nie, ja Aber... Die Bildschüben ist ein falsch Erst einmal in Luft springen, na, äh, ganz was anderes Ähm... Ja, wie gesagt... Also, neue Insel kommt es so zu auch wieder nicht sagen Äh... Es gibt viel Nice Aber... Es ist wirklich nicht so viel Das Ohr-Café und ein Riesen-Drum-Villa da steht Da werde ich übrigens ein Aidsing, dann halt Ähm... Die Budi wird zwar weiterhin nur bestanden bleiben Aber... Ja, Leute, ich seht's halt... Brudi, ich fühl mir da nimmer wohl Das ist alles... Na... Ich mag da echt nimmer sein Daher... Äh, das allmogische, das gefällt mir jetzt überhaupt nimmer so... Also, ja... Die andere ist zwar kleiner... Alter, die Pflanzler wird komplett vergessen Ich war da AIDA! Scheiße, Alter Ja.. Ja komplett vergessen Hier muss man umgehen platformen Ah fuck, hier war ein Fernseher nur unvergesehen Light Iii-Iii-Iii-Iiii-Iiii-Iiii-IIIIII-I-I-I-I IiiI-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Prozent weil es der Fernseher hatte und sie ist die Mordi gekürzt und denke ich während die Kirche Prozent Prozent wenn man so sagt der Rückruf zum Tisch aber er nimmt uns doch zu uns auf hinten oder er will nur noch gesucht wird ja jetzt in der Ewigkeit nicht wo er hat ja auch ein Tor und das soll ich so lange noch ja um meine weiteren Häuser werden jetzt nur noch aus dem hier bestehen was ich hier jetzt gerade zeige und ja erkennt es nur sie leider dann wieder löschen die Zimmerpflanze die muss bleiben ja das ist die die ist Pflicht das Fernsehkastel habe ich auch noch vergessen die Neumanns 7 auf jeden Fall da zeigt es das Fernsehkastel ja okay muss gelangen wenn ich gerade Fernsehkastel ist dann keine Ahnung mehr helfe was was ich ja dann Fernsehkastel mit Anhänger drauf warum auch immer das Lauma-Bettel ist auch schon wieder komplett falsch das muss da her wenn er die Bude Billing Billing aber das passt schon ähm ja also wie gesagt neue Bude mega nice alles Gold und ja da kann man mal da kommt ohne wo man nicht da ne ah da hat der Pap ähm in Anführung schädlichen Zirkus auf ähm er hat nämlich das Meme mit Zirkus aufgeboten übern Thomas ja egal ähm auf jeden Fall ich darf nicht mehr zu sagen alles ja ich hoffe euch hat's gefallen mein Bude die ist ganz gut und wenn euch die Bude und generell meine Videos gefallen was gerne liked und wie ihr alle wisst Support ist kein Mord Leute haut's da rein tschau li